Die Aare-Kapelle bei Nettersheim-Engelgau in der Eifel hat eine lange Tradition als Wallfahrtskapelle. Als Jakobspilger kommt man an ihr auf der Etappe von Bad Münstereifel nach Blankenheim vorbei. Der älteste Teil der Kapelle ist der spätgotische Chor aus dem 16. Jahrhundert. Vermutet wird, dass der Sakralbau auf den Resten einer römischen Villa Rustica steht, da im Umfeld römische Trümmer und ein Grabstein gefunden wurde. Bis 1790 stand am unteren Bach eine Mühle und es wurde auch regelmäßig ein Viehmarkt, wahrscheinlich mit Kirmes abgehalten.